Hallo, wir sind das Duo 26. Ich bin Florina, die Sängerin. Ich komme aus der Schweiz. Hallo, ich bin Alena Säuer. Ich bin Österreicherin und ich wohne in Basel. Meine erste Begegnung war ganz am Anfang meines Gesangsunterrichtes, wo ich einige Wolfhieder gesungen habe. Und dann haben wir ja anlässlich deines Diploms die Mörike-Lieder zusammen studiert. Und das war dann eigentlich die erste Begegnung mit Wolfh für uns zusammen. Wie war denn dein erstes Konzerterlebnis? Also ich war acht Jahre alt. Es war mein allererster Auftritt. Ich war sehr nervös. Und ich habe mich geweigert, auf die Bühne zu gehen und habe nur geweint. Und der ganze Saal hat mich angefeuert und dann habe ich es schlussendlich doch irgendwie noch über die Bühne gebracht. Florina, was ist unser Lieblingslied im Wettbewerb? Wir haben das ja vorher besprochen. Aus den Goethe-Liedern von Wolfh, So lasst mich scheinen, gefällt uns beiden sehr gut. Ich bin der Goethe-Liedern von Wolfh, So, ... Ich bin der Goethe-Liedern von Wolfh, So, ... Vielen Dank.